Die ersten Rosen sind verteilt und damit auch die ersten Paare gebildet, eine Frau geht aber leer aus. Seit heute Abend ist die Tür zum RTL, Rest de Paradies geöffnet. Bei Bachelor in Paradise sollen die übrig gebliebenen Singles aus dem Bachelor und Bachelorette Kosmos verkuppelt werden. Allerdings gestaltet sich das etwas schwierig, denn in der Datingshow herrschte zu Beginn noch Frauenüberschuss. In der Nacht die Rosen bildeten sich zwar einige potenzielle Couples, für eine Dame war aber kein Mann und damit bei der Herrenwahl keine Schnittblume übrig. Roxana Papadi musste in Folge 1 die Heimreise antreten. Laurik Boniakou, 25, und Denise Hersing, 25, Jacqueline Bickmas und Martin Majczak, Moritz Bräuninger, 32, und Samira Klampfel, Carina Wagner, 25, und Brian Dwyer sowie Johannes Amanatidis, 31, und Schnellwürsch, 25, hatten sich bereits gesucht und gefunden. Lediglich Gustav Masurek, 32, hatte noch eine Rose zu vergeben und damit die Qual der Wahl. Am Ende entschied er sich aber für Denise, Jessica König, 28, mit der er sich auf Anhieb gut verstanden und erste zaghafte Annäherungsversuche gestartet hatte. Ich möchte die Rose jemandem geben, mit dem ich direkt ein Gespräch geführt habe, stellte er klar und bett Denise, seine Blume entgegenzunehmen. Damit war Roxas ausbesiegelt. Und wie geht es der Dunkelhaarigen nach dem Rauswurf und der verspielten zweiten Chance? Es fühlt sich natürlich blöd an. In der ersten Nacht der Rosen rauszufliegen, gab sie zu. Allerdings scheint sie trotzdem positiv in die Zukunft blicken zu können. Es sollte nicht sein, äußerte sie gelassen. Alle Infos zu Bachelor in Paradise auf der VNOW. Tipps für Promiflash?